Fühlen Sie sich als Unternehmer in Österreich wertgeschätzt? Nicht immer, das muss ich ehrlich sagen. Also es ist zwar teilweise von Seiten der Wirtschaftskammer schön, weil man irgendeine Bestätigung kriegt oder vielleicht eine Auszeichnung bekommt, aber meistens ist es schon so, dass man sehr hart arbeiten muss dafür, dass man eine Anerkennung bekommt. Und die Wertschätzung für einen kleinen Unternehmer ist meiner Meinung nach noch nicht so stark gegeben, wenn man zum Beispiel die Großindustrie schaut, die natürlich auch einiges leistet oder sehr viele Arbeitsplätze schafft, die sich aber dann manches Mal aufgrund der Kapitalstärke halt leichter tut als ein kleiner Unternehmer, dann fühlt man sich nicht immer wertgeschätzt.